Hallo zu AppCheck28. Ja, jetzt kurz vor Weihnachten möchte ich euch noch einen Tipp im AppStore geben. Und zwar sind jetzt die meisten Apps sehr billig geworden, zum Beispiel das neue Need for Speed oder FIFA 11. Kostet jetzt alles nur noch 79 Cent, darum ist es auch in den Top-iPhone-Apps, Avatar, ist sehr billig Spider-Man, Need for Speed, Shift. Hier sind jetzt sehr viele nur noch 79 Cent, die vorher wirklich relativ teuer waren, zum Beispiel auch Splinter Cell, Conviction oder die Siedler hat ja vorher alles mal so um die 3 Euro gekostet. Wurde es denke ich mal nach Weihnachten auch wieder kosten, die Sims sind auch relativ billig. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt mal vorbeizuschauen und damit möchte ich es auch schon beenden. Schaut nochmal bei meinem Giveaway vorbei, noch einen Tag, dann ist es beendet. Und ich möchte das jetzt auch beenden und zwar mit Abonnieren, Kommentieren und bis bald.